da mehr Schöne einbauen es ist die Ränder ja ein im Baumast abhandeln wie gar keiner geht ja auch wie schickt für die RTL ist es für die Städte den Städte deratigverschmacht vor Ort ist klar hier über die Medeinschaft gewinnen der Welt die möglichkeit eine Klausur das dividieren wenn du nicht mehr denn das wird sobald – mehr Das sag ich dir ganz sicher nicht. Tanny! 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 Ey, da ist schnell der Fieser. Ey, ganz ehrlich, vor lauter Stress krieg ich wahrscheinlich jetzt noch Nasenbluten. Latschkall! 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 Oh, Latschkall war ja, das hat man gesehen. Warum die so Grasbruch? Alles weggeraucht. Ja, kein Grasbruch der übergelacht. Das ist so lustig, weil es lustig ist. Warum? Mein Motto ist, niemand bleibt zurück. Das ist meine, jetzt so ist es um meine Gegend gekommen. Jetzt krieg ich es, ne? Wer? Nö. Nö, ich mach überhaupt keine Regelungen mit dir. Was bin ich, Penny? Alter, das ist gerade Fall in den Baum rein. Latschkall! Latschkall! Mann ey, warum mach ich da aus? Da ist mein teammate. Penny, wir müssen, du musst dich, wir dürfen nicht zusammenlaufen. Boah, mein Fuß ist schon von Angst. Doch, weil wenn du stoppst, kann ich noch wegrennen, weil du abgelenkst. Alter, ihr rennt schon zwei Runden hinterher. Ja, drei jetzt. Toll, mir sind sie auch so lang. Ne, naja, gerade. Hey! Mann ey! Ich setz gerade über. Ach komm, it's der Meinung. Ja, war ein FDW. Also, ich hab so Angst, ich hab sowas von Panik. Penny, ich... Abi, wehe. Abi, wehe. Abi, wehe. Ich werde kein Wort mehr mit dir sagen. Ich trau mich gar nicht mehr hinter mich zu gucken. Ja, aber ich will zu gucken. Ja, weil ich direkt in der Mitte stehe. Penny, man darf nicht zurück! Doch! Ich brenne. Das bockert mir! Aber, aber... Ey, so viel. Oh, cool, was ist... Davon ist er doch. Aber ich will ihn nicht töten, weil sonst redet Adam nicht mehr mit mir, aber... Ja, ja, mit FELI! Richtig! Aber, aber... Oh, Leute! Was sagt eigentlich die Uhr? FELI, mein liebes Cousinchen! Alter, ist das jetzt euer fucking Ernst? Was? Ja? FELI! FELI! Ich könnte es schon entbringen. FELI! Wann wird der Welt offenbar, dass wir Cousininnen sind? Alter, wieso... Wie sie den verfolgen? Du bist Single? Was? Achja, alle Leute, die Penny mit Penny ein Date haben wollen, schreiben mir jetzt einfach auf einen... Nein! Nein! Schreibt dir bitte Date in die Kommentare, ich werde nicht drauf antworten. Warte, ich werde dann... Also falls wirklich Date in den Kommentaren erscheinen sollte, ich werde den Namen... Penny, Penny, mach dir keine Hoffnung, es wird nicht erscheinen. Hoffen wir es doch nicht. Ja, wir sind alle Single. Verpasst euch! Verpasst euch! Verpasst euch! Alter! Hey, Adam! FELI! FELI! Adam, ich wollte ihn nicht töten! Doch, 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 doch! Nein, ich wollte einfach... Lass mich in Ruhe! Hallo, ich werde sowieso irgendeinen von euch getötet, wenn ich keinen Bock mehr hab! FELI! Ja? Ich muss es dir tun, wie solltet, dann werde ich auf deinem Namen, auf meinem Kanal alle Namen vorlesen und es auf dich weiterleiten. Oh! Oh! Und du, falls sie sich kontaktieren wollen, zeichnet einen Penis in die Kommentare! Warum ist das so schlimm? Ein Penis in die Kommentare zeichnen! Alter! Vielleicht mach ich mir mal mal die Zeichne einen Kommentarfunktion! Weil ich seh immer nur, wie sie hier so Namen als rumrennen! Nein! Äh, Kugel, krieg ich leise Schwert? Nein! Ich seh da hinten dran, Karl! Bam! Wehe, Abi! Wehe, Wehe, Abi! Aber ich will nur noch helfen! Nein! Es ist meiner! Es ist meiner! Du wirst... Ich schwöre, du wirst... Ich töte dich jetzt wieder! Okay, nein, nein, nein! Okay, hör auf, hör auf, hör auf! Ich krieg nen Krampf in meinem Schleichdrückfinger! Alter, wir haben's so verloren, wisst du das? Ja, vielen Dank! Es ist mir scheißegal, es geht mir um die Ehre! Dankeschön, Kugel! Oder wer mir das Schwert gegeben hat! Ja, danke! Das wollte ich grad auch sagen! Ich seh dich, Spark! Aber ich seh dich nicht, Veli! Flatsch, Karl! Ich bin hinter dir! Hä, du kannst dich noch gar nicht sehen! Du bist gar nicht hinter mir! Du bist gar nicht hinter mir! Du bist gar nicht hinter mir! Leider ist im Gebäude! Sag mal, wer ist noch alles mit drin eigentlich? Alter! Der Felix ist die ganze Zeit! Bin ich der Einzige aus meinem Team, der noch läuft? Ja! So voll gelangweilt! Euch ist eins klar, man darf sich wehren hier, gell? Ja! Nur so nebenbei! Ich hab das Eisenschwert von Feli gerade eingesammelt, als sie gestorben ist! Nein! Das darfst du nicht verwenden! Doch! Ich hab da hinten gerade jemanden gesehen und es war Abi! Überlebenskampf! Das dürfte er theoretisch! Alter! Ja, Spark! Ja, Spark! Er macht das genau wie in einem Apalypto-Film! Jetzt rächt er sich an alle! Ey, dreh dich um! Alter! Ich hab mal voll im Dachkampf! Hör mal auf hier! Ich bin voll paranoid! Jetzt ist es mit mir so gut! Dreh dich um! Alter, ich darf mich gerade nicht, dabei zittert die Maus! Dreh dich um! Dreh dich um! Dreh dich um! Dreh dich um! Nur so nebenbei! Adi ist raus, gell? Also er darf nicht nochmal rein! Benni! Wer ich? Die Arena ist geschlossen! Ich! Ja, Adi darf nicht nochmal rein! Adi, ja gut! So lange es nicht Abi ist, wird schon fertig! Adi? Adi oder Abi? Abi! Na komm! Abi, so rum! Komm! Komm Kugel, wo bist du? Ach, gemein! Hey, nee! I've vanished! Ah, wie ist hier aber raus? Entweder ich rette! Da unten ist er! Da läuft er! Wo? Bug! Achtung! Nein! Nein, nein! Ich töte dich! Ich töte dich! Nein! Boah, Mann! Ja! Du bist... Boah! Fuck! Alter, warum tust du mir das an? Alter! Du kannst... Boah! Boah! Hey, wir müssen noch mehr Adventure Maps finden! Das ist jetzt ein 1-2-1, gell? Das war so geil! Toll, wir können... Wir... Ich gegen Feli, oder? Gibt Kugeln, Kugeln, Kugeln! Gibt mir einen Atmen! Gibt mir einen Atmen! Ich werd ihn jetzt mit Blitzen verfolgen! Gibt mir Atmen! Spark kriegt jetzt einen Spark! Genau! Abmieren! Nein! Buddelt euch doch einfach außen rum hier am Sand! Nee! Ich bleib jetzt mal aus dem Geschehen! Spark muss das machen wie in dem Film! Ich... Ich... Spack! Ja, er rinnt ja weg! Wo ist... Wo ist... Wo ist Spark? Komm, ich mach ihn mit der blanken Faust fertig! Soll er... Hey, darfst du doch gar nicht! Doch, ist mir scheißegal! Nein, Abby! Es ist mir scheißegal! Ich mach dir fertig! Ich mach dir fertig! Ich mach dir fertig! Abby, du bist draußen, oder? Ja, na und? Aber da... Abby! Abby ist Abby nicht ein Mädchen haben? Da läuft Adam... Ja! Das... Das passt! Dieser Satz passt! Das passt! Das passt! Lieber sich das Leben nehmen! Hast dich zu jagen, oder was? Abby, du hast dich das Leben genommen! Eigentlich sind wir einem sehr traurig! Ja, komm! Ja, komm! Hey, Abby! Ey, du bist schon draußen! Du darfst gar nicht mehr! Ja, komm! Du darfst gar nicht mehr! Du darfst gar nicht mehr! Nur noch Phoebe! Ja, komm! Du darfst das Auto reinig! Du darfst doch nicht mal das Eisenschwert verwenden! Lachkal, gib mir die Drogen! Okay, Adiju, komm! Ich muss nicht für meine Aggression auslassen, entschuldigen! Alter, warum? Ich hab ne Frage! Bist du bescheuert! Komm, ich ertränke mich im Whirlpool! Kugel, gib mir jetzt Atmen! Nein! Doch, ich mach keine Scheiße! Ich auch nicht! Ich geb dir immer Atmen! Jetzt gib mir! Du machst Flashkill! Nein, ich schwöre bei Gott! Wo komm ich nach der Aufnahme wieder? Nein! Spark! Yeah! Yeah! Ich schwöre! Ich hab das Team komplett geblattet! Ich hab gewonnen! Komm, ich wieder wieder! Alle drei tot! Boah, ey! Alle drei tot! Wie wir halt einen Doppelwin gekriegt haben, nur wegen Spark! Ja! Ey, wir haben... Nee, ganz ehrlich, Spark! Hast du einen coolen! Das Team winnt, WTF! Google, Google! Spark hat gewonnen! Gib mir Atmen! Spark hat gewonnen! Gib mir Atmen! Los, noch ne Runde Schwertrevanche! Nein! Nein! Doch! Das ist lustig! Ihr wisst schon, dass man normalerweise gar nicht gewinnen kann als Weglaufer! Das ist doch egal! Genau wie im Film war das! Genau wie im Film! Er hat sich an jedem gerecht und hat alle umgebracht! Für alle, ich lese nochmal die Regeln hier vor, worum es überhaupt geht, gell! Nein! Wir haben keine Waffen, wenn wir weglaufen! Nur so nebenbei! Wir dürfen uns mit Fäusten verteidigen oder allem was wir haben! Ja! Alles was wir haben, was wir finden! Ja! Ja genau, das ist Überlebenskraft! Ja! Was zu essen! Ja! Ich mach aber nicht mehr mit! Nee! Wohin denn? Boah! Digga, ich krieg schon Kopfschmerzen vom ganzen Schreien, ey! Trotzdem! Trotzdem! Episch! Gib mir das Gras! Epik! Epik! Wie du mich zum Schluss gerne noch fertig gemacht hast! Mir gibt's kein Gras! Das liegt alles nur an, an, an Latschkals Drogen, Mann! Ja! Ich bruch mir das Gras! Ich bruch mehr! Jus! Gib mir das Geld! Oder soll ich dir die Beine brechen? Wer wollte jetzt mein Gras, der kriegt's! Ich! 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 Ey! Warte mal! Warte mal ganz kurz! Randinfo! Stopp, stopp! Randinfo! Halt, halt! Hör mal kurz zu! Ey! Ruhe! Ruhe! Nur mal kurz als Randnotiz, gell! Ich habe fast 6 Stacks Zuckerrohr im Inventar! Komm mal mit mir! Willst du sehen, was ich gemacht habe, weil ich so paranoid wurde? Weil Feli gesagt hat, Spark ist hinter mir! Hat Feli mir gesagt, ne? Ja! Guck mal, was ich aus Paranoia... Hat mir aber zu schneiden! Folgt mir mal! Folgt mir mal! Ja! Von wegen! Ja! Das habe ich zur Zeit getan! Als ich mir gesagt habe, du bist hinter mir! Komm her, komm her, komm her! Nein! Jetzt bist du runtergefallen! Und jetzt... Wer hat mich... Och, Kugel! So! Ey! Wo seien die überhaupt alle gerade? Okay! Wer von euch hat ihn gebracht? Am Spawn! Ja! Äh! 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 Kugel! Kugel! Naja, jedenfalls trotzdem interessant ist es! Die Option Gewinn war gar nicht drin! Nur so lang durchhalten wie möglich! Aber Gewinn war nicht möglich! Ach, dann hat er... Dann hat er Rambos-Style doch noch alle fertig gemacht! Rambos-Style! Und das Geile war ja noch... Ihr habt das ja vorher noch prophezeit! Also pass mal auf, wenn ihr jetzt alle fertig machen würdet! Ja... Also ich fand es lustig! Beim Laufen habe ich so gedacht, dass die Maus gezittert hat! Ja! Ich bin ein schlechter Verlierer! Lebt damit! Alter! Ich kill dich! Komm, noch mal runter! Ja, noch mal runter! Ja, noch mal runter! Das war echt cool! Das war echt cool! Barg! Schneidest du eigentlich... Ich hilf dir! ...sache raus? Die ganzen Schrifter? Das bleibt alles drin! Ich bleibt alles drin! Außer, dass ich verloren habe! Das kann er rausschneiden! Nein! Das bleibt alles drin! Bis jetzt! Alles drin! Das macht sogar noch ein Best-of! Eine Slow-Motion-Version! Nehm die Bord doch auch! Los! Nein! Also eigentlich, wir sind jetzt durch mit der Map, gell! Jo! Wir sind durch! Dann würde ich auch schon die Aufnahmen beenden, gell! Jedenfalls, wahr an sich! Warte, warte, warte! Alle müssen nochmal ins Beet, oder nicht? Ja! Komm, wir gehen nochmal in die Halle rein! Wohin? 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 Alle wieder in unser schönes Ding! Und ich bin wieder im Siegerteam! Das ist geil! Das liegt alles drin! Wir haben alle Challenges gewonnen, oder? Ich hab... Man sieht's am Anfang an des Videos! Es ist nicht meine Schuld, dass wir verloren haben! Feli war im Team! Das habe ich von Anfang an gesagt! Hahaha! Hahaha! Sparks! 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 Hallo Mama! Hallo! Das ist keine Herrrichtung, dass ihr mich umbringen könnt! Der hat immer noch das Schwert! Ich bin ins Fernsehen! Ja! Vor allem am Anfang! Marc will was erklären! Er schreit! Ich grüße meine Mutter! Ich kann natürlich auch ein Schild in der Hand halten! Okay! Das sind alle Sachen, die besprechen wir, wenn die Aufnahme beendet ist! Genau! Dann sagen alle tschüss! Tschüss! Im Moment ist der Umgangstum wahrscheinlich noch höflicher! Aber wenn die Aufnahme beendet ist, ich sag euch, dann geht's ja ab! Dann leug ich mich am besten gleich aus! Hahaha! So gut! Dann tschüßen an alle mal gucken! Ich hoffe mal das Ganze war einigermaßen interessant! Es hat Spaß gemacht, das Projekt! War gut zuzuschauen! Ich weiß nicht, das Ende könnte nice gewesen sein! Jetzt hört mal auf mich abzuschießen hier! Okay! Ähm! Jo! Hat Bock gemacht! Jo klar! Gerne wieder! Okay, das war schon die zweite Runde! Immer gerne wieder! Es war ja schon die zweite Runde! Mal gucken! Äh! Ja! Die Maps an sich ganz nett eigentlich, aber relativ klein! Also man ist schnell durch! Ja! Ey wir sollten ne größere Map finden dann! Ja! Werden wir auch! Ich bin im Bild! Wir können auch ne eigene bauen! Es gibt noch nen zweiten Gameshow Teil! Ja genau! Ähm! Also ich könnte auch mit Voxel einfach so nen Ring rum rum erstellen! Und dann! Wir kriegen das schon hin! So das war jedenfalls das was ich noch sagen wollte! Ich muss hier kurz die Aufnahme zu Ende bringen! Wir machen nämlich grad nix mehr! Leute! Leute seid doch mal ruhig! Leute seid doch mal ruhig! Five Five! Hallöchen! Hallöchen! Der Schlusssatz! Genau! Jetzt ist es an euch! Schreibt es in die Kommentare wie es aussieht! So allgemein! Hat das Bock gemacht? Hat es nicht Bock gemacht? Können wir sowas nochmal machen? Wir haben jetzt halt zweimal die gleiche Map gemacht! Beim dritten Mal wird es vielleicht langweilig! Jetzt machen wir es noch okay! Müssen wir mal schauen! Ansonsten ich bin weiter mit denen in Kontakt! Oder ich weiß wo sie zu finden sind! Kein Problem! Und dann würde ich sagen! Okay! Tschüßen und Dankeschön fürs Zuschauen! Tschüssi! 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 Toll!